Hallöchen Freunde da sind wir wieder ich war kurz in der Stadt einkaufen und habe Energie geladen aber jetzt kann es hier weitergehen und zwar nach hier und hier Na nun was ist das Tantalus ne wie heißt er Der Imperator aber er ist was zum Hey da hinten ist ein Ausgang erschienen Äh Äh Was ist er mit dem Imperator Oh Herzlich Willkommen Threx Was hast du mit dem Imperator gemacht Warum Wir brauchen ihn jetzt nicht mehr Wir haben unser Ziel erreicht Wieso wir Wer denn noch Tantalus Tantalus Seid gegrüßt ihr kleinen Narren Wo ist Hagen? Ist er gesund? Und wie schon bald wird er mein neuer Körper sein Was hast du vor? Geht euch nichts an Los Tantalus Wir müssen sofort zur Mana Festung Rachelsüß Und tschüss ihr Süßen Ah Die Medusa Oder was nochmal Die Tanzende Schlange Ja Also Analysieren wir sie mal 3.004 Kaffee 20.000 Taubenspunkte Zaubersperre 6 Film 14.000 Okay Schrumpfnober Herz und Glück Wunsch Oti ist klein Und Richtig auf die Schnauze Das ist so witzig Man kann nichts machen Und die stehen Doof Lalalalalala Und da ist er tot Der Blöde Spacko ey Ich könnte mich echt einkotzen Bewegt sich auf keinen Millimeter da weg Oh no Schaffen wir das noch? Mit nem Bonbon? Ähm Ähm Ne Ach Mist Ich hab den Schrumpfnober ja gar nicht No Das gibt's ja gar nicht Wieso hab ich den Schrumpfnober denn nicht? Ich hab den verdammten Schrumpfnober nicht aus dem Zwergendorf geholt Oh nein Okay Das ist Mist Shit Das hilft alles nix Ah doch Okay Ähm Dadi das benutzt Ich versuche mal Ähm 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 Oh Ich bin trotzdem Millimetern jahren Hallo 191 Okay, probieren wir es mal an, ne? Schlombombe Ein bisschen besser schon Äh, Blitz Auch nicht viel besser Zaubersteller, oh shit Okay, äh, dann würde ich mal sagen Ich nehme mal Hadesgranaten Ne, wahrscheinlich nicht Und? 27, ne Schön Wir können Wir können doch was machen mit Und du heilst uns jetzt nochmal Wie reagiert in die Steuerung so langsam Vielleicht kann ich mir mal angreifen Hm, Zaubersteller Ähm, ja, machen wir irgendwas günstiges Ne, das ist alles nicht günstig Äh, zwei Kottet am wenigsten Und man kann es schön hintereinander sparen Medusa So, müssen jetzt 999 Schaden sein Das war doof, dass ich es vier mehr hinter mir gemacht habe Ne, doch nicht Wow So, Mädel, du musst uns mal Heilen Heilen, heil auch, eh Wie soll ich den Strumpf haben wir ein wenig geholt, ey Äh, äh Oh, nee, brauchen wir gar nicht Okay, da bin ich schon wieder klein Yippie, yippie So Orki Mach das mal Und dann haben wir eine Schlammbombe oben drauf Schlammbombe war gar nicht so effektiv Okay, ähm Dann nochmal Vesuvio 96 Oh Heran, heran Heran Wieso greift sie nicht an? Ist sie doof? Ah Ich könnte echt kotzen Steht daneben und guckt sie das an Oh, ey, fuck Offensiv und forscht Wieso greifst du nicht an? Ey, super, ey Oh, auch mal zum Angriff Supi Und das zweite Mal Das Urteil so hier wiederbelebt werden muss So Ist alles nicht effektiv Ich werde dann wohl auf den Nahkampf Aber wohl, das bringt auch nichts Zaubersperre Okay Und dann bin ich wieder geschrumpft, ey Oh, ist das zum Kotzen Ich könnte einfach nur abkotzen Du kannst nichts machen Endlich, ey Boah Und jetzt habe ich diesen blöden Schrumpf Haben wir mich nicht geholt Oh Ey, das ist total ätzend, dieser Kampf Kannst nichts machen Willst angreifen, wirst gestrumpft Und dann stehen die da doof in der Gegend Ich habe sie absolut offensiv eingestellt Na gut Probieren wir jetzt weiter Peitschen, ob er halten Juhu Wir sprechen unsere Na, was ist das? Oh Markus Tja Da staunt er, oder? Ha, ha, ha Ich habe Markus in eine lebendige Kampfverschiene verwandelt Juhu Oh je Ich denke mal Besser Blitzschlag mit Filt Oh, nicht gut Zauberschild Okay Krüger, nein Da bin ich auch bewusstlos Jippie Ja, zum Glück abgewährt Nochmal analysieren Damit wir sehen, ob er vielleicht irgendwie eine Schwäche gegen irgendwas hat Hätte er seinen Zauberschild gecastet Da müssen wir doch irgendwas machen können Zauberprallt ab Ja, haha Das war natürlich schlau Ich könnte natürlich auch auf uns selbst Zauberschild gecastet Dann könnte es wieder funktionieren Weiß ich nicht genau Na, zu langsam Na komm her Na komm her Wenn du dich traust Spacko Zauber ist abgeprallt Turboantrieb Danke Er ist echt ein Horst, ne? Er macht doch sich selbst Turboantrieb und hat mich mit 4-Steller Ein bisschen doof, aber naja Wunderbar, den haben wir bald Wir sehen dann auch noch, wie lange sein Zauber hält Bloß weiter, bloß weiter Nein, 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 hier muss ich wieder rüber Boah, 275 nur Weil ich eine andere Waffe das Fläche ansetzen kann 302 Boah, haben wir getroffen, da sind zwei bewusstlos und Blondie steht doch in der Gegend Natürlich Gehen ein bisschen hoch, damit er uns entgegenkommt vielleicht Ah, Turboantrieb, was das selbst hier spielt Oh, das war ein guter Treffer Da guckt der so eigentlich Weil wir haben Ich habe richtig einen dreifachen Schaden oder so gemacht Ihr ging das Ihre Axt Oh ja, super Komm runter, lass ihn runterkommen Können wir noch ein bisschen aufladen Ja, komm Und Und Nicht getroffen, oder was war da? Klingt die bewusstlos, da müssen wir mal mit Blondie ein bisschen nachfeiern Die, 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 die Die, 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 die à da ist Aber Zaubestand hat er nicht mehr gemacht, ne? Na, verstehe ich auch Punkt, komm ich habe glaube ich schon gar nicht mehr aktiviert jetzt gucken wir noch mal müsste eigentlich klappen analyse jetzt auch das abgefall steht man sehen wir darauf gespielt 309 vielleicht war es aber eben noch ein kritischer treffer ja schon wer ist erledigt dann sind kritischer treffer gewesen verdammt ich dachte das wäre immer so aber die wasser muss auf jeden fall mir schaden wenn man denn den gegner trifft kommen da kann ich mir viel haben runde 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 genau 300 sauberschild karte wieder so und wir waren zu weit weg mit turban trieb ist er jetzt weniger verwendet weil er eine höhe ausweich gerade hat und wir waren nicht in der nähe deswegen haben wir den tor anstieg nicht ja gut noch bevor sie gestorben ist von den toten auferstehen lassen was für heftiger schaden rüber auf die andere seite sein zauber wird schwach er muss sich nachkasten damit auf uns ja das ist natürlich ein guter vorteil wenn er halt zum beispiel kaputt dass wir das natürlich abkriegen und was noch gut ist wenn man selbst zauber dass man da nicht getroffen wird von attacken darauf muss man auch warten dass es in manchen situationen ganz gut sein kann 208 münchen hatte denn noch ich sehe natürlich wenn er das zauberschild auf die kraft würde während er das zauberschild hat aber ich glaube das macht er nicht so schlau ist die k.i.g. dann doch marcus ist erledigt zwei bosse in dieser folge die erste war sehr frustrierend der zweite war okay aber kein schrumpf gemacht da hätte ich ja jede sekunde in den menü müssen schrumpf haben wir boing naja mal gucken was wir jetzt kriegen und ich könnte mal wieder waffen schmieden und weiter geht's lanzenorb erhalten sie haben die mana feste aktiviert gleich wird hier alles untergehen wir müssen hier raus schnell und es passiert wirklich die mana feste ach ja diese musik da oben schwebt sie die mana feste aber ehe wir dahin gehen können müssen wir erst noch in den vulkan oti bist du okay wir konnten gerade noch abhauen leider haben wir die reaktivierung der mana festung nicht verändern können bald wird der mana drache hier erscheinen und die festung zerstören wenn das geschieht wird auch der rest unserer welt zerstört aber noch ist alles nicht vorbei luna hat mir vom mana baum auf den nebelvulkan erzählt vielleicht könntest du das mana schwert dort reaktivieren die samen von denen dein schwert bisher seine kraft erhalten hat sind nur ein teil des mana baums der mana baum selbst hat viel mehr kraft normalerweise kann man die insel auf der er wächst nicht erreichen da sie von einem magischen wolkendecke geschützt wird aber jetzt könnt ihr es schaffen na gut dann fliegen wir sofort zum mana baum sofort? nein nicht sofort es ist ein verbotener ort an dem niemand zuvor gewesen ist seid vorsichtig was man natürlich nicht immer weiß dass man hier Mädels hier rumgehen kann und sich neue Ausrüstungsgegenstände holen kann beim Bucherkater halloo ihr kommt viel herum oder? naja ich auch guck wie viel Geld haben wir auf 1,7 Millionen das ist gut ja 1 2 oh das wird aber recht teuer Stahlpanzer Stahlpanzer Mensch so viel Geld ne das sind gar nicht 1,7 Millionen das sind 100.000 nur aaah ok das heißt ich müsste Geld farmen gehen und dann hier wieder einkaufen na gut das sehen wir dann alles in der nächsten Folge also machts gut 2 2 Vielen Dank.